So, jetzt ist er weg und jetzt rufen wir noch mal Manni. Komm, dann kommt er. Drei, vier. Manni! Du bist doch nicht Manni. Nein. Wer bist du denn? Mein Name ist Bums. Hä? James Bums. Das ist ein komischer Name. Und wie heißt du? Ich heiße Shit. Hm? Shit? Nein, Shit. Ach so, na dann Prost, Hinten, Neujahr. Ich habe zwei Haustiere. Ja? Ja, zwei Goldfische. Oh, wie heißen die denn? Der eine heißt Einer und der andere heißt Zwei. Hä? Ja, wenn einer stirbt, habe ich immer noch Zwei. Ich habe ein Rätsel für dich. Ja? Was ist das? Es hängt an der Wand, macht Tick-Tack, oh. Und stinkt nach Fisch. Hm? Weiß ich nicht. Eine Uhr. Ja, aber eine Uhr stinkt doch nicht nach Fisch. Das habe ich nur gesagt, um das ein bisschen schwieriger zu machen. Oh, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also, aber weißt du, was der Hammer ist? Nein. Ein Werkzeug. Wie kann man an einem einzigen Tag nur so viel Scheiße reden? Ich fang ganz früh an. Also, du bist wirklich das selten dämlichste Faultier, das ich gesehen habe. Wer? Du. Ich? Ja. Nimmst du das eventuell zurück? Wer? Du. Ich? Ja. Nein. Dann habe ich die Sache für mich erledigt. Ach komm, wenn du wirklich so intelligent bist? Ja. Dann beweis es doch. Okay. Sagt dir zum Beispiel der Name Lenin etwas? Ja. Opa ist voll bis zum Rand, Lenin einfach an die Wand. Ja. Oder, äh, verstehst du was von Business? Ja klar, man weiß, dass es beschissen ist, wenn man vom Hund gebissen ist. Oder kannst du Französisch, was sagt dir der Begriff Boulevard? Äh, beim Melken wurde dem Melker klar, dass die Kuh ein Boulevard. Ja.